hallo und herzlich willkommen zurück zu reka ja wie ihr sehen könnt habe ich den back scheinbar immer noch drin ich bin jetzt mit maus und tastatur unterwegs und zwar das folgenden grund ich muss nur mal eben etwas ausprobieren das ist leider immer noch drin wenn ich hier draußen bin ach so wenn ich so weit weg stehen dann zählt das immer noch drücke er und kuh und bauen ja und kuh haben wir gemacht und wähle die teile für den hausbau also das hat nämlich folgenden grund weshalb ich jetzt gerade am gucken bin und zwar ich habe mal bei einem anderen let's play reingeschaut da konnte man das gut sehen und zwar hat derjenige das gleiche gemacht wie ich aber er hat direkt dach bekommen und ich habe kein dach bekommen und ich habe hier schon das haus quasi fertig hingebaut ja bis auf das dach halt eben noch und ich bekomme einfach kein dach wenn ich jetzt hier unter baumodus gehe und damit kuh und er muss noch mal eben schauen wo das jetzt genau ist genau wieder hier reingehe da kann ich halt so nichts machen und jetzt ist die große frage jetzt gehe ich mal eben hier rein wie kann ich denn ach so hier muss ich jetzt ich muss mich ein bisschen ungewöhnen weil das jetzt mit der maus ist so dann bauen wir jetzt hier vorne mal einen boden ach so ja mit e nicht mit ja 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 ist okay wir bauen hier vorne mal einen kleinen boden dann möchte ich hier auch einen boden haben irgendwie will er nicht so ganz wie ich will heute ein bisschen ungelenkig so bewege den cursor über irgendein platziertes hausstück und drücke c um es einzulagern das hatte mir jetzt zum beispiel nicht gesagt beim ersten mal können wir hier noch genau so machen wir das so wir bewegen uns darüber und drücken einmal c um es einzulagern verwendet ein mausrad oder steuerkreuz um das wandstück auszuwählen ja gut das haben wir jetzt schon das ist jetzt oben bewege den cursor über ein stück boden und baue eine wand das haben wir zwar auch alles schon gemacht können wir aber gerne noch mal machen ist jetzt die frage ja wo mache ich das keine ahnung vielleicht hier der will das dann aber jetzt wer will das dann nicht als wand machen das ist auch doof irgendwie habe ich hier noch irgendwo eine ecke die ich vielleicht noch nicht gemacht haben das ja letztes mal so schön jetzt alles gemacht das bleibt offen erst mal zumindest ja keine ahnung die fenster wollte ich eigentlich ja pass auf der mama das so wir lagern das ein und das was wir machen wollen funktioniert jetzt nicht ach so kann ich jetzt doch noch mal machen na gut dann jetzt bekomme ich ein ihr wollt mich doch veräppeln oder ihr wollt mich doch veräppeln jetzt bekomme ich ein dach oder was also ich vermute ganz stark das ist jetzt nur eine vermutung aber ihr wisst ja ich habe zwei folgen daran gehangen dass ich dieses blöde haus nicht fertig bauen konnte ich vermute dass die steuerung von dem controller ich weiß nicht ob es mit meinem xbox controller zusammenhängt falls ihr einen anderen habt schreibt es mir gerne in die kommentare ob das funktioniert oder nicht funktioniert aber bei meinem xbox controller habe ich ja die ganze zeit diese sachen nicht machen können und ich habe dann ja stellenweise auch mal versucht nach dem zu arbeiten was hier unten stand was ich machen sollte hat aber nicht funktioniert und jetzt bin ich mit maus und tastatur dran und jetzt funktioniert es auf einmal nachdem ich die sachen gemacht habe bewege die maus über eine wand um das dach einrasten zu lassen halte dann links gedrückt und ziehe die maus nach rechts links nehme ich mal an zum drehen links gedrückt halten und dann moment das probieren wir mal hier draußen aus links gedrückt halten ach so dann kann man das okay platzieren wir da platzieren können wir das hier platzieren obwohl hier nichts ist schade müssen wir erst mal drehen wir können das nicht verbinden doch ja gut dann haben wir natürlich ein kleineres fenster aber so so in der art wollte ich das haben zwar jetzt nicht so ganz mit dem fenster aber so ist das in ordnung finde ich ich weiß noch nicht so genau wie wir das dach dann oben eigentlich machen ich schätze mal das müssen wir dann gerade machen vielleicht noch ein bisschen hochziehen oder so und dann gerade machen das ist die katze die ich jetzt gerade höre ja ich glaube ja so die frage ist jetzt nur wenn ich das jetzt hier hier kann ich es ja nicht drehen wenn ich jetzt hier noch mal hochbaue also so würde das dann zu gehen also so cool dann macht er da tatsächlich und da könnte ich da könnte ich dann auch hier so gut dann ist das vielleicht ein bisschen blöd gelaufen jetzt hier das hier sieht dann natürlich schöner aus dann hätte ich es ein bisschen höher machen sollen aber ist nicht schlimm das ist ja mal richtig cool jetzt also gut es hat vielleicht doch irgendwie seinen vorteil wenn man das ganze wirklich mit maus und tastatur macht wie ihr seht es ist sehr schade weil es halt mit dem controller nicht funktioniert hat aber es hat halt so seine vor und nachteile okay dann gucken wir mal eben dass wir von hier hinten was ist denn hier eigentlich mit lasse ich das so als so kleines dach ja ich denke schon oder so jetzt ist das hier natürlich das ist das ist jetzt allerdings blöd ja ich glaube mit dem mit dem baumodus müssen wir uns noch ein bisschen ja auseinandersetzen glaube ich das sieht sieht man sieht jetzt natürlich ein bisschen scheiße aus du solltest es eigentlich immer gleich rum haben weil das jetzt hier die ecke ist das jetzt mal rein und dann platzieren wir das jetzt hier so die frage ist wie sieht das jetzt aus wenn wir da jetzt das dach reinmachen oder müssen wir das eins weiter hinten ja es ist trotzdem so komisch was ist das hier mittendrin hätten es halt eins nach außen bauen müssen aber das können wir nicht also ja es hat so seine vor und nachteile in dem fall hat es jetzt auch ein paar nachteile ist ein bisschen tricky zu bauen wenn man das auf eine gewisse art und weise gebaut haben möchte aber gut ich meine wir können das ja später immer noch ein bisschen anpassen ich lasse das jetzt erstmal so dann mache ich das so ich will immer die linke maus das zu drücken um zu bestätigen das ist total mies da müsste man nämlich dann eigentlich weiter bauen moment jetzt muss ich mal gucken können wir können wir das dahinten dran bauen wahrscheinlich nicht oder ich will das ich will das nicht daran haben ihr wisst was ich meine oder dass man das eins nach hinten baut und dass man das hier vorne dann einfach nur zu macht dafür müssten wir dann aber wahrscheinlich das aber das dach können wir gar nicht verlängern oben oder kann das sein der will immer nach links bauen irgendwie nee moment jetzt ist er doch ganz komisch jetzt ist er nicht mal beim dach genau so wollte ich das haben probieren wir das mal aus bin jetzt gerade im baufieber die frage ist kann ich das da oben doch das sieht gut aus ne ja der baut das da dran sehr sehr geil dann können wir das doch ungefähr so machen wie wir das eigentlich also wie ich das eigentlich gedacht habe die frage ist jetzt nur moment nach hier vorne da ist es eigentlich ja schon zu oder moment dann machen wir hier genau dazu so mal drehen zack also mal linke maustaste gedrückt halten einmal nach rechts links drehen damit das dann hier eingepasst ist das funktioniert so weit ziemlich gut muss ich jetzt sagen ich weiß leider nicht wie es von außen aus als kann man da nicht bauen oder was willst du mich hier ist jetzt nicht dein ernst oder wieso darf ich hier oben jetzt nicht zu bauen leute ja sowas hasse ich dann irgendwie wieder warum kann ich das jetzt nicht ein drittes mal darüber bauen oder habe ich habe keine ach ich habe keinen kein holz gut mach weiter und platziere nun meinen stuhl die zeit rast nicht aber ich muss es okay also ihren stuhl ist jetzt die frage wo stellen wir den noch hin da wo sie jetzt gerade steht ist vielleicht ein bisschen blöd wie groß ist denn der überhaupt das war der schrank den würde ich auch gerne noch bei mir platzieren ach da darf man die ganze zeit nichts davor stellen oder was vielleicht sollten wir dann doch den die woanders hinstellen moment kann man den ja den kann man auch so drehen frage ist muss ich den jetzt so mit platz davor haben das ist jetzt die frage so ein bisschen noch drehen ja nein platziert hatte den jetzt nee ich habe die ganze zeit gedrückt wieso macht er das nicht ihr hört es ne also ich drücke die ganze zeit eh aber will nicht keine ahnung warum er das jetzt nicht machen will ich gucke mal eben dass ich mein bett hier noch hinstelle weil das war jetzt natürlich jetzt die frage wie mache ich das jetzt hier am besten aber ich glaube da passt das noch hin das mit dem drehen also das ist ein bisschen frickelig muss ich ganz ehrlich sagen aber das kriege ich noch irgendwie hin so oder mache ich das lieber wenn ich davor stehe ich glaube dann kann ich das besser einschätzen so oder so ich weiß halt nicht wie das jetzt hier mit dem mit dem blöden ast da ist stehe ich jetzt so nah dran oder was ist jetzt hallo das kann ich jetzt auch nicht machen auch nur weil ich diesen dämischen stuhl jetzt machen soll oder was auch nicht dein ernst jetzt kann ich hier nicht bauen nur weil die sagt man mir so den dämischen stuhl dahin ja sorry setze ich die hier irgendwie rein dann kann sie nichts sehen so da hinten kann man ja theoretisch hoch soll ich dir den stuhl irgendwie hier hinsetzen ich weiß es nicht aber das ist auch doof das sieht halt scheiße aus wenn ich die anderen sachen nicht platzieren kann dann kann ich halt ihre sachen nicht vernünftig platzieren das ist es ja gerade es ist ja das was ich jetzt meine oder ich setze die einfach da hinten zu den hühnern so so mache ich das jetzt genau ich setze die dahin ist das hier irgendwie so ein bisschen aus dem weg raus sagt oder auch nicht ja ich will ihn nicht drehen ich will ihn da hinstellen der ist präzise ausgerichtet leute ja ist präzise ausgerichtet da will jetzt endlich mal diesen scheiß stuhl dahin stellen dankeschön das ist doch nicht normal so will ich endlich mal diesen spiegel hier hinstellen von mir aus bei ihr so weh die sagt jetzt wieder ich darf den nicht mehr stellen so okay perfekt dann kann ich jetzt wahrscheinlich auch endlich mal mein bett hier hinstellen wäre ich zumindest sehr dankbar drum so dass möchte ich einmal so da ist aber jetzt das kopfkissen muss das einmal drehen so ein bisschen mehr so weiß halt nicht nachher habe ich nachher habe ich das holz bei mir im bett drin geht es dann weg oder wie es ist immer noch ich hoffe das geht weg sobald wir aufstehen also ich weiß sonst echt nicht was ich hier machen soll ja meine süße wir müssen auf jeden fall noch holz holen und hier wäre es eigentlich ganz cool ich weiß aber nicht ob der platz hierfür reicht wenn wir hier den holzstapel hin machen ist wahrscheinlich alles so ein bisschen eng nehme ich mal an ich weiß nicht ob ich da jetzt so noch rumkomme kann ich das vielleicht ein bisschen gerade ein bisschen weiter links ja wird sehr eng aber gut ich hätte das vielleicht eigentlich hier ist ja ich weiß nicht wer hier schlafen soll oder was keine ahnung aber na gut wir werden erstmal den baumodus so wie jetzt werde ich dir einen letzten stuhl geben einen uralten nur für dich aber wisse dass dies kein gewöhnlicher stuhl ist er wird dir erlauben direkt mit der hütte zu sprechen denn du wirst uns auf unserer reise den fluss hinauf führen betrachte ihn als gehörn der hütte richte den stuhl aus und sprich mit ihm glaube mir du wirst auf deinen reisen mit viel seltsameren dingen als einem stuhl sprechen müssen so ist das leben einer hexe steuere die hütte durch den wald dorthin wo der nebel am dichtesten ist betritt ihn um diesen teil der welt zu verlassen ach so wo der nebel am dichtesten ist okay also ganz an den rand sozusagen sei dir bewusst dass wir vielleicht nie wieder hierher zurückkehren also sie zu dass du hier all deine angelegenheiten zu ende gebracht und so viel vom land erkundet hast wie du willst ich spüre dass es noch unentdeckte orte gibt nein ich hab gedacht wir können jetzt endlich weiter jetzt sagt die mir dass ich noch unentdeckte orte oh ok ok wo stellen wir den denn jetzt hin entweder stelle ich den hier vorne hin wenn das geht also direkt da in der nähe von dem ding wo sind jetzt ach die sitzt auf dem stuhl ok das habe ich gar nicht mitbekommen oder das wäre jetzt noch ein anderer gedanke von mir wir machen das so dass wir den stuhl irgendwie hier oben hinstellen weil dann würde ich quasi von hier oben äh das ganze aber da müsste man das so machen dass man hier hin geht und quasi noch eins höher baut und von da aus den stuhl dann benutzen aber das ist auch doof weil das hier ist ja relativ die mitte ne hm ich weiß grad nicht wo ich den hin aber ich wollte eigentlich die hühner noch mitnehmen genau das wollte ich doch diese folge gemacht haben moment wir holen uns erstmal eben achso wir müssen ja jetzt den den stuhl eigentlich hier hinstellen ich würde sagen wir stellen den stuhl vielleicht hier vorne hin wir müssen ja eh mit dem sprechen ne so wie sie das jetzt gesagt hat also gehe ich mal davon aus dass wir jetzt nicht einfach so hier los reiten wollte ich grad sagen hier los ähm laufen mit dem haus so ok grüner apfel hängende kräuter hängende kräuter truhe oh was haben wir denn jetzt alles bekommen helles waschbrett hängender kranz nochmal hängender kranz wäscheleine gewöhnliche treppe oh gewöhnliche treppe würde ich gerne hier vorne ran machen wenn ich ehrlich bin moment gewöhnliche treppe wo ist die denn oder ist die für drinnen das kann natürlich auch sein lagere gegenstände also moment die würde ich jetzt gerne platzieren achso dafür brauche ich aber vier holz ja wir brauchen wieder holz wir brauchen wieder holz ne tür kann ich jetzt bauen ah cool aber so langsam wird es hier doch schon sieht von der seite aus aber so langsam wird es hier doch schon richtig gemütlich was kommt denn noch alles moment türfenster wie war das äh linke maus dass da nur wenn wenn was in der umgebung ist ne hier so ja ja genau okay ich dachte ich verpasse jetzt hier gerade was wo kriegen wir denn jetzt noch holz her eigentlich haben wir doch schon alles wo holz war haben wir doch schon eingesammelt oder nicht was hat sie so getan als ob ich hier was kriegen könnte aber ich habe nichts bekommen sauerei okay was ist denn hier mit da haben wir glaube ich auch schon ja da haben wir ja schon geöffnet ist aber auch kein holz mehr ja es tut mir leid aber wir müssen jetzt hier irgendwie nochmal gucken dass wir ein bisschen holz finden ne können wir den brunnen nochmal benutzen wenn wir den eh nicht mehr benutzen können können wir den hier einfach kaputt machen es ist halt blöd dass wir äh kein holz haben und das auch nicht mal ebenso kriegen ähm das ist jetzt die gegend wo wir jetzt zuletzt waren ich würde nämlich gerne noch mal in der anderen gegend gucken weil die ja gesagt haben dass wir irgendwas anscheinend noch nicht noch nicht gemacht haben so da ist auch noch ein Haus wenn ich in die Richtung gucke habe ich aber kein Haus gesehen kommt mal mit meine lieben Krähen wir gucken mal das Schöne ist man kann hier nicht untergehen also da muss ich ganz ehrlich sagen das ist im Vergleich zu anderen Spielen richtig geil weil bei anderen Spielen kann ich halt eben so schnell im Wasser untergehen und vielleicht auch sterben mal Lüchen okay das kann man nicht war jetzt nur mal ein Versuch ich habe gedacht vielleicht können wir ja irgendwie auch ein bisschen äh Fleisch oder sowas noch mitnehmen ist aber nicht so ich müsste jetzt genau ich bin jetzt hier das ist in der Nähe von dem Baum wo wir schon mal waren ich glaube das war der Baum wo wir den Ast geholt haben oder so die Hütte die haben wir aber noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt oder oder waren wir da drin weil die ist die wird ja auf jeden Fall nicht markiert also das ist eine normale Hütte vielleicht werden ach ja das war das wo wir hoch da haben wir doch die Katze her ja genau da ist schon wieder eine Katze drin oder wie hä wie viele Katzen gibt es denn bei euch ach meine Süße ach meine Süße ja so ein Screenshot machen so ja ich weiß es tut mir leid es geht euch wahrscheinlich dermaßen auf den Sack kann ich die nicht nehmen hier die Bretter die sind wahrscheinlich damit hier das ganze Haus nicht zusammen kracht bzw. damit wir hier nicht runter krachen wo kommt denn jetzt die neue Katze schon wieder her naja ähm gut dann haben wir das hier doch schon mal da sind wir jetzt eigentlich umsonst hier hier ist halt ein Weg der führt dahin aber wir müssen jetzt mal ein bisschen in der Gegend nochmal rumschauen hier ist wieder dichter Nebel da kommen wir nicht weiter wir brauchen halt irgendwie Holz also wir brauchen nicht unbedingt jetzt Holz aber sie hat ja auch gesagt dass hier auch noch in der Umgebung irgendwas wäre was wir halt noch nicht ähm noch nicht erkundet hätten ich weiß nicht ob die das immer sagt keine Ahnung oder ach das ist sie wieder ne ja 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 sie hatte gerade zwei Köpfe aber ist okay ja kein Thema sie ist irgendwie ein bisschen komisch geworden sagen wir es mal so sie hat mittlerweile drei bis vier Arme und sie hat jetzt zwei Köpfe vielleicht ist das der Einfluss hier aus der Umgebung man weiß es nicht ok wo sind wir denn hier und dann sind wir hier und hier war der Talis aber da war ja auch nichts auf der Seite und dahinter dem Feld also ich laufe jetzt hier mal so geradeaus durch aber nicht dass ich wüsste also das sollte eigentlich nichts sein sonst würden wir tatsächlich mal woanders hingehen auch wenn das Haus halt noch nicht so ganz fertig ist ich würde es halt schon gerne fertig bauen aber was will man machen wenn man jetzt nicht alles hat und auch keine Möglichkeit hier irgendwo noch Holz zu kriegen zeigt ihr mir doch mal wo ich Holz finden kann das wäre ganz nett hier ist der Weg ich denke mir dann immer wenn hier irgendwas umgefallen ist ob ich nicht da irgendwie Holz herkriegen kann aber ist halt nicht möglich das ist auch sorry aber das ist auch irgendwie schön wenn man so dahin guckt so wenn ich jetzt dahin gehe oder haben wir da ach ne da haben wir glaube ich den Zweig geholt ich springe jetzt einfach mal darüber das ist halt hinter den Häusern aber ich glaube das ist einfach nur da ja genau da hinten ist nämlich die Brücke die paar Meter hätte ich jetzt auch noch laufen können aber egal ich schaue mal eben jetzt nur noch mal hier in der Ecke ob da noch irgendwas ist ja was wir vielleicht finden können oder so ansonsten glaube ich ehrlich gesagt nicht dass hier noch groß was ist also ich gehe mal davon aus die haben diesen Hinweis gemacht ne ja gut vielleicht hätten wir ein besseres Essen für die herstellen können oder so vielleicht hätte man da dann noch was bekommen das wäre jetzt so das Einzige was mir vielleicht noch einfallen würde dass wir dann dadurch halt wirklich ja ein anderes Rezept erlernen irgendwas was halt was herzhafter ist aber ich hab halt auch nichts ne ich kann jetzt auch kein Fleisch machen oder so deswegen hier sind wir auch schon wieder komplett am Rand ich mach das jetzt nur damit ich quasi ja meine meine leisen Zweifel noch so ein bisschen beruhigen kann und halt eben sagen kann hier ich hab jetzt nochmal überall geguckt ich hab nichts gesehen ich hab auch kein Holz mehr gefunden oder was weiß ich was weil ich kann halt auch nicht mal eben ne es geht halt auch nicht bei denen kann ich jetzt auch nicht hier irgendwie Ernte einfahren oder sowas ne was ist denn eigentlich mit der Umgebung wo wir Moment was war hier aber das waren glaube ich nur die Krähen ne also hier hier hab ich auch nichts hier sind wir halt hergekommen das muss ich mal eben gucken das wäre gar nicht mehr auf der Karte oder wie ich seh mich gar nicht mehr auf der Karte wo bin ich ach hier ist der eine wieder genau hatte der nicht gesagt der wird nicht ewig hier sein was ist mit dir hm das geht nicht schade ich denk mal hier wirds gleich weiß werden dass ich hier nicht weiterlaufe ja ja hier gehts schon los das ist halt der Weg wo wir hergekommen sind ne und hier ist es auch weiß ja gut dann werden wir uns jetzt mal zurückporten das hat jetzt leider fast die ganze Folge hier angenommen achso halt Moment wir wollten die Hühner noch eben holen die hätte ich jetzt fast vergessen die muss ich noch gucken ob wir die mitnehmen können ach oder ist das vielleicht auch etwas wo sie dann meint achso das war die Kiste äh Moment war das nicht ihre Hütte? ne da ist ihre Hütte ach ich wollte grad schon sagen ich kann wieder neues Getreide mitnehmen keine Ahnung warum das jetzt wieder frisch ist hier also wieder wieder aber aber das ist soweit ich weiß nicht jedes Mal wenn ich rausgegangen gewesen ne hier geht nicht ok dann interagieren das war nur das ja lesen das ist ja nur äh Zaubersprüche genau das war ja das was wir davor schon gelesen hatten ach das ist das ich dachte gerade schon Moment tragen ja was kann man denn hier tragen ach das Ei steht auch wieder hier drin ach du Schande ok 1 2 3 4 Hühner haben wir jetzt noch hier ja ich weiß halt nicht ich meine die Hexe will halt mit mir raus und ich kann mir schon gut vorstellen dass die halt eben möchte warte mal kann ich dich hier fallen lassen ich will die nicht tragen ich will mal ein Bild machen so so wo ist das Huhn hin weil ich hab die ganze Zeit versucht ein Screenshot zu machen aber dann war ja immer der Text in der Mitte drin und das hat mich halt doch sehr genervt sieht aber wohl gar nicht so schlecht aus bisher muss ich sagen ok gute Dame wir haben ihre Hühner hier so ich hoffe die bleiben jetzt auch hier und rennen jetzt nicht weg weil ich kann leider keine Tür machen weil ich hab leider überhaupt gar keine Möglichkeit was machst du denn jetzt auf einmal hier Hallöchen Beere geben du hast dich mit dem Reh angefreundet ach cool kann ich dich auch streicheln ja hoppel mal mit deinem Popo da rein dann nehmen wir dich mit oh ist das süß ich glaube ich nenne die Folge alles bereit zum Aufbruch oder sowas und dann in der nächsten Folge gehen wir dann erst raus weil wir müssen ja jetzt die Hühner hier auch noch alle drüber holen was hab ich gesagt noch drei Stück haben wir hier wir klauen euch einfach eure natürlichen Lebensraum ach hast du mich jetzt gerade erschreckt hallo willst du mitkommen das kannst du gerne tun aber da musst du mit hier reinkommen ich sag aber wir nehmen einfach alle Tiere hier wir nehmen die Katze mit wir nehmen das Reh mit ist alles kein Thema ok bist du stolz auf mich dass ich hier die ganzen Hühner anschlepp wo sind das andere Huhn jetzt hin laufen die jetzt hier drinnen rum ich hoffe die sind jetzt nicht in den Ofen reingesprungen weil kochen wollte ich die jetzt nicht also noch nicht du bist hier voll bloß nicht rausgehen nein nicht rausgehen nicht rausgehen geh schön wieder rein ich hab leider noch keine Tür die müssen halt oben bleiben wenn ich weit weg bin sind die oben ich hoffe jetzt die Hühner fallen dann nicht raus kann ich dir noch eine Bäre ich kann dir noch eine Bäre geben ich hab mich doch schon mit dir angefreundet ja hoppel die hopp wie viel kann ich dir denn geben anscheinend nur zwei oder ich bin mir nicht sicher es ist mal schauen so mecker nicht ihr kommt mit falls wir nichts mehr zu essen unterwegs haben dann müssen wir halt eben Hühnchen essen das habe ich jetzt hoffentlich nicht so laut gesagt weil sie ja gesagt hat jetzt sind die hier unten ihr wollt mich doch verarschen müssen die Hühner nicht mit ich glaub wir müssen die Hühner nicht mitnehmen ja gut dann geht lauft gehabt euch wohl das ist doch wie sind die denn da runtergekommen das Haus war doch jetzt die ganze Zeit oben muss ich das verstehen kann ich mich eigentlich irgendwie ducken oder so ne kann ich nicht ne na gut ok ja dann halt nicht dann würde ich sagen dass ich nicht direkt da zum kochen gucke sondern das so mache dass wir genau guck mich mal ein bisschen fröhlicher an hier dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen weil ich versuche jetzt die Folgen nicht mehr ganz so lange zu lassen und ich finde das ist eigentlich auch ein ganz guter Cut ich denke nicht dass ich hier noch irgendwas großartig ne ne ich glaube nicht dass ich hier noch irgendwas großartig habe ich habe die anderen Sachen also vielleicht das mit diesen komischen Männchen da mit diesen kleinen vielleicht könnte ich mich mit denen auch noch anfreunden oder sowas aber laufe zum Rand der Karte um weiter zu ziehen in welche Richtung soll ich eigentlich ziehen das hat die mir gar nicht gesagt ich würde mal sagen ich gehe einfach mal nach oben oder so in den Norden rein oder ich habe keine Ahnung müssen wir mal in der nächsten Folge auf jeden Fall gucken ich bin schon wahnsinnig begeistert auf jeden Fall darüber dass ich endlich wieder vernünftige Thumbnails machen kann endlich wieder ein Bild ohne dass der Text die ganze Zeit da drin ist ja also ich habe mich dann in dieser Folge dazu entschlossen dass ich definitiv mit Mausentastatur weiterspielen werde es ist leider noch ein bisschen verbuggt also ich habe es ja versucht ich habe ja versucht die Sachen zu machen die unten drin standen auch in der Reihenfolge und das hat ja nicht geklappt das hatte ich ja vor ich weiß nicht zwei Folgen oder sowas schon versucht da das leider nicht geklappt hat und ich habe dann ja auch immer hin und her versucht und alles und ja da es jetzt erst geklappt hat nachdem ich tatsächlich Maus und Tastatur benutzt habe würde ich einfach mal sagen dass ich dann auch damit weiterspiele ich denke mal damit haben wir dann hoffentlich in Zukunft weniger Probleme und ja ich freue mich auf jeden Fall schon sehr sehr drauf wie das ganze weitergehen wird ich hoffe dass wir auf jeden Fall was ist denn das da hin ach so das ist der Kopf ne ich hoffe dass wir auf jeden Fall auch noch Holz finden werden da wo wir hingehen weil es es sieht halt jetzt im Moment so ein bisschen bisschen dürftig aus ne wir haben jetzt das Dach noch nicht so richtig drin und keine Tür drin und ja müssen wir mal schauen aber dafür können wir unseren Charakter jetzt anpassen und wir haben ganz viele tolle Deko Elemente noch bekommen also ich bin wirklich schon begeistert wie es jetzt hier weiter gestartet ist und ich bin begeistert dass ich dieses kleine Tief mit dem ja ich sag mal Anzeige Back beziehungsweise mit dem mit dem Bauen dass wir dann auch hier weiter kommen und so weiter dass ich soweit bin dass wir das durch haben und in der nächsten Folge dann hoffentlich auch das Haus noch ein bisschen weiterbauen können wenn nicht dann ist es nicht so schlimm aber wir kriegen bestimmt auch noch neue Quests und alles ich bin jetzt schon wahnsinnig aufgeregt was in der nächsten Folge kommt deswegen muss ich ganz schnell ausmachen und ja dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Ciao wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge Ciao Ciao